Also ich muss sagen, was der Carlos da an seiner chinesischen Mastvariante zeigte, war jetzt besser als in dem Auftritt davor. Jedenfalls soweit ich mich erinnere, ich kann mich natürlich auch täuschen. Letztendlich muss ich mal sagen, ist das nicht sonderlich unterhaltsam. Also da gab es viel mehr Leute, die gut waren oder sagen wir einfach mal besser als das, was der Carlos da zeigte. Aber ich muss sagen, für mich erweckt sich hier natürlich der Eindruck, dass der Carlos deswegen im Finale ist, weil man braucht ja eine bestimmte Anzahl von Leuten, weil die Show muss ja so und so lange gehen. Und der Carlos hat natürlich eine viel bessere Verfügbarkeit für das Supertalent, als wir jetzt andere bessere Künstler, Artists und so weiter und so fort, die natürlich international unterwegs sind und eben nur zu bestimmten Vorabproduktionen eingeladen werden können und für so ein Finale eigentlich gar keine Zeit haben.